Sie will ins Finale. Doch dazu muss sie jetzt mindestens einen Coach überzeugen. Oh, nein, nein, nein. So keep the best of my 30 say to me Always use your mind on therapy Don't have a tease like so seriously Just so you could do yourself perfectly Say my mama's face when times get hard And mama I always had a joke to me Say my mama knows that when times get hard To bring me up, babe Always keep my feet on this sunny rock Say mama, mama knows that And daddy, daddy knows that Yeah! Woo! Woo! Oh my God Bravo! Server Lover! Mit ihrer Power-Stimme hat Rita gleich alle drei Coaches umgehauen. Jeder will sie. Baby! Hey! Was geht ab? Wie heißt du? Rita. Du hast hammermäßig gesungen! Danke! Was ist los mit dir? Sag mal Rita, wie alt bist du, wenn ich fragen habe? Zwölf. Oh Gott, wir flitten auf! Es ist ja unfassbar! Oh Gott, danke! Durchatmet! Krass, ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin total geflasht. Ich auch, ich hätte nicht gedacht, dass alle 30 umdrehen. Oh Gott, oh Gott! Jetzt habe ich aber als erstes gedrückt. Es war nach einer Sekunde klar, dass du eine unfassbare Stimme hast und so hat jeder im Saal bemerkt, wie krass du singen kannst. Außer Henning. Was war los? Was soll ich dazu jetzt sagen? Also ich habe auf jeden Fall Gänsehaut am ganzen Körper, immer noch. Das kann man sich schlecht vorstellen, wenn man halt eben versucht, die Augen zuzumachen und überhaupt kein Bild dazu hat. Da wäre Rita in meiner Vorstellung eigentlich eher irgendeine schwarze Mama, die aus den Südstaaten kommt, die wahnsinnig viel Erfahrung hat. Das ist unfassbar! Danke! Das war kein Disrespekt, dass ich mich erst so spät umgedreht habe, aber ich wollte dieses Gefühl noch ein bisschen spüren. Und als ich dich dann plötzlich gesehen habe, das war der Wahnsinn. Oh, danke! Rita, Baby, hier ist deine Eintrittskarte zum Gewinn. Warte, warte, du hast ja wirklich sehr, sehr gut gesungen, ne? Danke! Eine Sache, die natürlich wie jetzt nicht am Anfang sehen konnte, ist, wie du dich bewegst. Aber das war schon gut. Aber ich werde dir so unfassbare Tanzschritte beibringen. Dass du in den Battles quasi selbst durch Tanz einfach weiterkommst. Wieder, Baby, ich schwöre dir, wir haben eine geile Zeit, erstens. Zweitens, wichtigsten ist, dass wir dich fördern und dass du genau das kriegst, was du brauchst. Also, wenn du Klamotten möchtest, gehst du zur Lena. Wenn du gewinnen möchtest, kommst du zu mir. Auch, unter anderem. Ich lasse die beiden wieder mal austoben. Wie du merkst, ich bin der Erfahrenste und schweige, bis du dich entschieden hast. Und hoffentlich für mich. Oh Gott, okay. Es ist an dir, du darfst dich zwischen uns allen entscheiden. Und sag bitte den richtigen Namen. Er hat drei Buchstaben. Oh, das ist so schwer! Rita! Bitte! Ich nehm' Tim. Ich danke dir. Du hast Sender-Tonest. Rita geht ihren Weg also weiter. Und Tim hat sich gleich das erste große Talent für sein Team gesichert. Ich dachte so, ja, okay, einer vielleicht. Aber alle drei! Zeig mal deinen Pullover. Der ist Programm. Wir sehen dich nämlich bei den Battles. Sehr gut! Ey, zwölf Jahre? Fuck! Oh, Entschuldigung. Alter Franz, ey, das ist ja unfassbar. Ich dreh durch. Ich brauch einen Traubf, ich bin völlig fertig. Ich bin völlig fertig. Viel, ich bin völlig fertig. Ich bin völlig fertig. Und schuldigung.